Musik Patrin und die Gruppe Sian von der Investitionsplattform Ja Sie haben gerade bei uns Ihr Interesse gezeigt online zum Investieren, stimmt das? Ja, ich möchte gerne ein bisschen Geldverdienung machen, right? Kann man das bei Sie machen? Ja, Sie sind genau richtig bei uns, was Sie sehen, Sie haben die Interesse gezeigt bei dem Bitcoin Prime und wundurch Sie sind weitergeleitet bei uns, so können wir helfen mit dem Kontoaktivierung Ah, was bedeutet denn? Ich bin da zuständig, Sie alle zum Helfen, Ihr Konto vollständig aktiviert zu sein Und dann kann man einen Profit machen, ja? Genau, danach können Sie starten zum Investieren und Profite zu machen Wie viel Profit kann man bei Ihrem Mavia? Wie bitte? Wie viel Profit kann man bei Ihrem Mavia machen, bei einem Jahr oder einem Monat? Ich werde Sie alles erklären, erstes Mal, ich will Sie sagen, ob haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Noch einmal, was habe ich gemacht? Ob haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Haben Sie Erfahrung mit dieser Branche? Nein, 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 ich arbeite bei Dönerladen, ja? Jeden Tag arbeiten Jeden Tag arbeiten? Aber bis jetzt haben Sie investiert, Beispiel in Aktien, Kryptowährungen? Nein, 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 ich habe einen Ausnahvertrag, ja? Was arbeiten Sie? Dönerladen Kebab Dönerladen Kebab Haben Sie Ihr eigenes Geschäft? Nein, 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 bei meinem Kumpel Hassan, immer arbeiten Der Einkauf macht, ich kann Einkauf machen Ich bin von Indien, aber alle denken, ich bin von Pakistan Reiten, darum Döner machen Dass die ganze Pakistani Name, Adresse und dann die indische Geheimdienst geben Okay, und von welchem Land kommen Sie an? Gewohnen Kumpel Okay, aber Sie sind von Indien? Ja, ich bin von Indien Okay, von wie lange wohnen Sie in Deutschland dann? Ah, bei acht Jahren, acht Jahre bei Deutschland leben Acht Jahre, okay Und wo Sie herkommen, junge Frau? Jetzt, ich rufe Sie an, gerade von Deutschland, von Bamberg Ja, aber wo Sie herkommen, Ihre Hunden, woher kommen? Meine Muttersprache ist Polnisch, aber ich bin halbe Deutsch Meine Papa kommt aus Deutschland und meine Mutter kommt aus Poland Ah, mein guter Kumpel, der ist Gregor, der ist von Poland Und dann sagt man Dzień dobry, right? Ja, ja, ja Das ist ein guter Tag, ja? Dzień dobry, guten Tag? Guten Tag, ja, genau Und was heißt, Tschüss bei Polnisch sagen? Wie sagt man? Leider kann ich so gut Polnisch sprechen, weil ich habe mehr gewohnt in Deutschland Meine Mutter spricht nicht mehr Polnisch mit uns Ja, aber wo Sie, äh, Sie, Sie nicht gute Deutsch haben, was Sie sprechen für Muttersprache oder Vatersprache Deutsch sprechen, bei mir zu Hause sprechen Deutsch Warte, ich bin, ja, äh, ich bin immer wenig Korin, ich bin halbe Deutsch Warum muss ich immer an halbe Händchen denken, right? Nee, ja, ja, aber das ist sehr gut, weil wir jetzt alle bei Deutschland, wir müssen zusammenhalten, ja? Genau, genau, genau Wir sind, wir auch sind Geländer Okay, was ist die? Warte, warte, stopp, stopp, wir auch sind Geländer, wir sind eine große Familie, ja? Genau, genau, wir sind eine große Familie, stimmt Sehr gut, sehr gut, wir jetzt bei Deutschland leben Fühlst du mich gut für Sie? Bei mir ist sehr gut, bei Ihnen? Bei mir auch sehr gut Asyl sehr gut, Geld sehr gut Super, Herr Laden, wie alt sind Sie? Ich bin 32 32? Ja Super, okay, was ich sehe, Sie haben Ihre Interesse gezeigt über unsere automatischen Optionen, stimmt das? Ja, ich möchte ein bisschen Geldverdienung machen Kann man bei e-Firma machen? Okay, haben Sie gesehen, wie alles funktioniert bei uns? Wie können Sie starten zum Investieren? Ja, ich sehe, aber, ähm, habe ich verstanden, okay? Und, äh, ich verstehe Okay Okay, werden Sie dann alles erklären? Kannst du Spanisch? Wie habe ich gesagt, Sie haben bei uns? Hablo ich Spanisch, Signora? Nein Nein No Pauli, wo für Sie? Nein Paar Ruski? Nein Ja, ich auch nicht, aber nicht schlimm, wir können bei deutschen Landräten, ja? Ja, genau Du bitte wie meine Schwester, right? Wie bitte? Ich sage, du bitte wie meine Schwester, weil du, wir aus dem Gelände, wir sind Brüder und Schwester Genau, genau, wir sind Brüder und Schwester, ja Kannst du anrufen? Wir sind schon verwandelt Nein, von Bamberg Wo ist das? In Deutschland Ja, aber wo? In die Nähe von Nürnberg In die Nähe von Nürnberg, habe ich gesagt Nürnberg, aber Bayer, right? Bayer Genau, genau, genau Okay, jetzt sind wir später über Ihre Handelskonto Sagen wir, wie geht Edmund Stoiber, right? In der Gude Mania Wie bitte? Edmund Stoiber Wie bitte? Ich bin Chef von Firma Edmund Stoiber Ja Hallo? Ja Ja, ich bin da Jetzt können wir starten zu sprechen über Ihre Handelskonto Ja Wie viel Geldverdienung kann man bei Deiner Firma machen? Sagen wir bitte Das will ich Sie gerade erklären, ja? Okay, klar Wir haben gesagt, Sie haben Ihre Interesse gezeigt Über unsere automatischen Optionen Für diese Software, Sie brauchen nicht die Zwarung zu haben Oder so viel Zeit dazu Diese Software werden für Sie die bessere Position finden Was gibt es in dem Moment an dem Finanzmarkt? Okay Ist das Amazon oder Tesla vielleicht? Bei uns haben Sie die Möglichkeit zum Investieren in Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe Okay, Rohstoff, sehr gut Wenn du meinst, mein Kumpel, der ist bei Nettomarket arbeiten Und der sagt, bei Kinderschokolade sehr viele Menschen kaufen Kann man Investment machen? In Kinderschokolade? Das glaube ich, das ist nicht ein Rohstoff Nein, nein, Kakao Können Sie in Kakao investieren? Kakao, Schokolade Genau Kakao können Sie schon Ja, wie viel kostet ein Kakao? Bei uns können Sie nicht das kaufen Können Sie in das investieren Ja, ja, Investment machen Wie viel Investment kann man machen? Oder kann man in Kebab investieren? Ihre Konto tun Das Schweinefleisch in jede Kebab drinnen Muss man Investing machen Ja, können Sie in Schweine investieren, ja In Schweine? Okay, das ist sehr gut Ja Und bei uns, Ihre Konto zum Aquivier Sie brauchen eine Minimum Star-Capital von 250 Euro Nein, 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 ich will mehr Geld machen Nicht viel Sparung machen Und viele Gäste über Tisch zieht machen Wie viel Prozent kann man bekommen bei Ihrer Firma? Bitte Sie werden nicht Prozent von unserer Firma bekommen Wie habe ich gesagt Sie brauchen eine Minimum Star-Capital von 250 Euro Ihre Konto zum Aquivier Ja, aber du, meine Lady Und danach können Sie starten Bitte Meine Lady Meine Deutschland nicht so gut Ich will nicht fragen Wie viel Profit kann man machen Bei Firma Mit Firma helfen Bei meiner Meine liebe Herr Das ist eine Handelsplattform, ja Bei uns können Sie starten Zum Investieren Wie habe ich gesagt Erstes Mal Sie brauchen eine Handelskonto Zum vollständig Aktivieren Und danach können Sie starten Zum Investieren Ja, können wir machen zusammen Das nicht bedeutet, dass mit 250 Euro Sie werden morgen reich sein Nein, nein, nein Darum will ich mehr machen Ich habe Sparren Wollte ich Urlaub bei Israel machen Dieses Jahr Aber wegen Corona Darf man nicht kommen Jetzt habe ich gesagt Kann man Investing machen Ich habe 5000 Euro Kann man gut Investing machen 5000 Euro Die Entscheidung sein Wie viel Sie möchte investieren Aber können Sie mit dem Minimum starten So können Sie sehen Wie das ist Weil Sie sind zufrieden Können Sie mehr investieren Oder weitermachen Ja Das ist sehr gut Und was muss ich machen Bitte Meine Lady Wie habe ich gesagt Erstes Mal Sie brauchen eine Minimum starten Kapital von 250 Euro Nach der Anzahlung Wie wird eine Bestätzung Wie bitte Ich sage Das ist kein Problem Das Geld Keine Probleme Okay Wie möchten Sie Bei uns einsteigen Haben Sie eine Visa Oder Mastercard Kann man bei Sie PayPal machen Von Paypal Haben Sie eine Karte Nein, nein PayPal Online Payment Oder Oder Sie können Check bei Postchicken Online Payment Okay Von Paypal Können Sie eine Kreditkarte bekommen Haben Sie nur die Virtuale PayPal Oder Können Sie auch die Kreditkarte Von Paypal Der Paypal Von Ebay Du gib mir dein E-mail-adresse Ich kann dir 250 Euro Paschicken Das ist kein Problem Das funktioniert Das funktioniert Das funktioniert Das funktioniert Nicht bei uns Können Sie nur eine Mit Visa-Karte Einzahlen Mit Mastercard Online Banking Online Banking Aber Paypal ist Online Banking Okay Leider Unser Unternehmen akzeptieren nicht die PayPal Achso Okay Keine PayPal und kein American Express American Express Haben Sie Online Banking Kann ich bei Yandex bezahlen? Hallo? Ja, ich bin da Kann man mit Yandex bezahlen? Wie bitte? Yandex Bezahlung machen Fragezeichen Wie habe ich gesagt Können Sie mit eine Visa Mastercard Ja Oder von Ihrem Online Banking eine Sofortüberweisung zu machen Ja, dann Online Banking machen Oder Können Sie wenn ich mit Mastercard gebe Sie Bonuspunkte geben? Möchten Sie einen Bonus wenn Sie mit einem Mastercard einzahlen? Ja Gib dann einen Bonus Dann nehme ich die Mastercard Okay Gibt es keinen Bonus bei uns Achso Auch nicht Wenn ich sage Ich gebe bei Firma 5000 Investing kann man einen Bonus bekommen Ja Bitte Können Sie einen Kontrolle machen Ich werde Sie Soll ich eine Kontrolle machen Was für Kontrolle Wie sage mal den Manager fragen Können Sie machen Meine Manager soll ich fragen Bitte Ja Welche Bonus kann man machen oder kein Problem Meine Manager ist nicht da jetzt Oh Okay Aber Sie mir sagen Können Sie mir geben eine oder zwei Was eine oder zwei Bonus Ich kann sagen ob ich darf Sie Bonus eingeben aber Normalerweise bekommen keine Bonus Okay wenn Sie fragen Sie sind meine Sie Werden Bonus Okay Wir können schon für Sie einen Bonus eingeben von 50% von Ihrer Einzahlung weil Sie starten mit Minimum von 250 Euro Wie viel Prozent Sie werden von 50% weil Sie starten mit Minimum von 250 Wie Bitte 50% 50% 50% oder 15% Genau 15% 15% 1 5% Ja Nein 5% Oh Okay Sehr gut Sehr gut Dann ich 5.000 Ja Wenn Sie starten mit Minimum Nein Sie muss starten mit Minimum von 250 Euro So kann ich nicht mehr geben Ja Wie habe ich gesagt nachher können Sie jedes Mal nur eine Einzahlung machen wenn Sie mög Aber die Minimum zum Starten ist 250 Okay Wir machen und dann Bonus geben Ja Das ist sehr freundlich Okay Dann jetzt eröffnen Sie eine Internetseite Was soll ich habe nicht verstanden Eine Internetseite so können Sie an unsere Plattform gehen Welche Internetseite soll ich angucken Ich werde Sie buchstabieren Ja Okay einen Moment Sie sind jetzt am Internet Okay Nein Nein Ich muss kurz aufmachen Ich wollte bei Handy machen Dann können Sie mich am Lautsprecher einstellen So können Sie weiter Ihr Handy benutzen Das neue Sterbehelfer 67 Update von Mimum Baraka was soll ich für eine Seite aufmachen Eine Internetseite und dort Sie muss schreiben es doch dicht Nochmal Ich habe nichts verstanden Sie muss unsere Plattform suchen Ich habe nichts verstanden Bei Facebook Nicht bei Facebook Wenn Sie eine Internetseite suchen wo Sie suchen Google Chrome Google Chrome Genau Google Chrome Genau Dort Und schreiben Sie stocks dc com Können Sie Buchstabierung auf Englisch machen Spelling in Englisch Madame I don't speak so good Englisch Siegfried 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 Ja C Cäsar Cäsar Rukai Ja nicht Zeppelin, Cäsar mit Cäsar nicht Zeppelin, Cäsar mit C also wir in China, oder? wir in China? ja wir in China, ja ja wir in China, ok und dann Hallo? ja.com .com, ok ja everything that you need at the tip of your finger ok, I'm wearing gloves right now so that would be very difficult what am I supposed to do right now? wals sehen Sie jetzt gerade? sehen Sie eine blaue Seite? it's like the blue side with various cube on it, right? everything that you need wals sehen Sie genau? the English now you speak the English I don't speak so good English I speak a little bit very good you don't need to hide your English English very nice, ok? ja super ok, was sehen Sie an unserer Plattform gerade? sehen Sie eine blaue Seite? da ist eine blaue Seite mit drei gelben Kasten unten ist Ihre Seite, ja? ok genau sehen Sie wo steht login oder anmelden? ja ich kann der sehen soll ich bei Deutsch Umschaltung oder kann man bei Englisch lassen? wie würde es Sie am besten sein? am Deutsch oder am Englisch? bei Hindu ich weiß nicht ob wir haben Indio also was würde ich jetzt sagen ich glaube nicht wir haben Indio passt nicht für Sie wenn Sie sehen das am Englisch? ich glaube weil Sie kommen von Indi ich schlage die mit Krücken ich will nicht schreien ich schreie nicht ich spreche ein bisschen laut so können Sie mich hören ist es sehr laut bei Callcenter? ist normal ist laut, ja? wir sind nicht alleine da wir sind mehrere wie viele Kollegen bei deiner Arbeit denn? wie viele Kollegen? ist egal wie viele Kollegen sind da nein nein mir ist egal sonst würde ich nicht fragen, oder? ok ok haben Sie an dem Login getrunken? ja wie bitte? haben Sie an dem Login getrunken? ja Login oder Register was soll ich machen? Login Login, ok aber ich habe noch gar keinen ähm wie sagt man bei Deutschland äh eine Sekunde ich werde für Sie meine Manage reingeben, ja? ja ok eine Sekunde danke hallo guten Tag mein Name ist Sandra ich spreche mit der Laden ja guten Abend ich grüße Sie ich hoffe Sie geht gut ich grüße Sie ja mir ist geht gut ähm ich möchte gerne Sie hören weil ich bin die Manager da ich freue mich sehr ich freue mich sehr bitte zu äh ich bin der Manager und ähm meine Kollege hat nicht zu viel Zeit mit dem Spaß ok wir sind ein seriöses Unternehmen deshalb wir müssen arbeiten mit einem seriösen Kunden ok sagen Sie uns bitte wenn Sie wirklich Interessen haben damit wir zu weit gehen ja weil ja Entschuldigung Sie sehr schnell sprechen ich nicht so gut Deutsch sprechen bitte nicht so schnell reden ja ja ich wiederhole ja bitte ich hatte Sie vielen Dank ich hatte Sie informiert ich hatte Sie informiert wir sind eine seriöse Firma und meine Kollege hat nicht zu viel Zeit mit dem Spaß ok zu machen wir müssen sehen ob Sie eine seriöse Kunde sind damit wir zu weit gehen und die Aktivierung zu machen ja deshalb ich bin jetzt in Kontakt mit Ihnen mit Ihnen ich ähm wie sag ich mal bei Deutschland ich den ähm etwas Falschen sagen oder warum den Frau Manager holen ich wollte ihn nicht äh unfreundlich machen ich nur äh nette Mann machen ja ist keine Sorge es ist Ihnen nicht so unfreundlich sonst Sie müssen einfach seriös sein ja weil wir haben nicht so viel Zeit davon zu verlieren ja aber ich viele Fragen ja wir müssen schnell unsere ja den Kollegen fragen erstes Mal machen oder Profi ich sag ihn erstes Mal machen und dann ich muss sich Sachen fragen oder ist da ein Problem bei Ihrer Firma wenn Menschen keine Erfahrung machen nein nein ist kein Problem wo Sie keine Erfahrung haben Sie müssen diese Zeit wo ich ich hätte Sie etwas auch äh auch gefragt Herr Ladens wir kommen von India India Bangalapur, India gut ich hätte Sie gesagt ob Sie seriös sind damit wir das weitermachen weil wir haben nicht so viel davon Zeit zu verlieren ja wir haben ganz viele Kunde wir haben ganz viele Kunde wir haben ganz viele Kunde was uns warten zum Helfer ja in der Fall bei Sie machen bei Sie machen bei Ihrer Firma aber habe ich das das Kollege fragen wie viel Profit kann man bei sie machen wenn man ein Investment ja wie viel Prozent per month oder per Jahr oder wie viel bei einem Jahr kann man machen bei Sie? Fragezeichen Punkt Herr Ladens wir können Ihnen garantieren einen Profit verstehen Sie? wir garantieren nicht bei unseren Kunden sonst das müssen Sie natürlich selber sehen wenn Sie das Investition tätigen ja und das kommt auch davon wie viel Sie anfangen und wie lange Zeit noch Sie das Investitionen eröffnen haben aha okay das geht nicht über uns das geht über Ihnen alles was Sie machen geht nur über Ihnen wir sind da nur Ihnen zum helfen und zum unterschützen okay ja gut sagen Sie mir bitte wie weit möchten Sie gehen damit wir auch die Aktivierung machen und damit wir zu weit gehen und damit Sie auch starten Profite zu machen weil deshalb Sie sind da okay damit Sie auch Profite machen wir werden Ihnen helfen aber Sie ein bisschen Englisch sprechen? ich spreche kein Englisch wir sind die deutsche Abteilung nicht die englische Abteilung deshalb wir darf nicht auf jüdische Sprache vielleicht bei das meine Deutsch nicht so super gut aber ich zu Kollegen sage ein bisschen Geld bei Otter also bei den Seite legen bei Otter sagen wir glaube ich bei Deutschland würde ich 5.000 Investitionen machen 5.000 aber Kollege sage 250 250 Investitionen machen aber würde ich 5.000 machen darum für viele Fragen vielleicht der falsch verstehen machen ok Nein Sie haben nichts falsch verstanden das ist das minimale Betrag mit 250 ja meine Kollege hat gesagt Sie können ab Anfang starten mit 250 ok und danach können Sie noch mehr einzahlen das ist kein Problem ja aber Sie müssen minimale Betrag zahlen von 250 Sie können auch mehr einzahlen das ist kein Problem Sie entscheiden mit wie viel Sie starten möchten aber so kein Problem wie sagt man bei Deutschland ein durchschnitt bei Deutschland durchschnitt durchschnitt wieviel Gewinn ein äh member bei Ihnen machen wieviel Prozent Herr Ladin wir können wie gesagt Ihnen nicht etwas garantieren oder zu sagen Sie haben nach der Aktivierung ich erkläre Ihnen ich erkläre Ihnen erstes Mal mit Versprechen oder Warentie oder Garantie sagen nur ein Durchschnitt was ungefähr kommen kann nicht was wird nicht äh ich keine Buchschuhe ich erkläre Ihnen ok nur Fragen genau ich erkläre Ihnen Profite können Sie jeden Tag machen ja das kommt drauf an wie die Volatil die Macht ist wenn die Markt Volatil ist dann Ihre Profite kommen jeden Tag aber nicht das Gleiche ok nach der Marktivierung Sie haben einen Spezialist davon lassen Sie mir bitte äh schon fertig ja Sie haben einen Spezialist an dem Finanzmarkt und der kann Ihnen die ganze Prozente sagen ok wir sind zuständig erstes Mal und meine Kollege ist zuständig ja für die Aktivierung ok wenn Sie natürlich noch Informationen brauchen meine Kollege kann Ihnen informieren aber nicht an den Profiten der Reden ja weil die Person der Spezialist ist zuständig Ihnen alles davon auf dem Finanzmarkt zu erklären ok Ihrem Spezialist können Sie alles fragen über die ganze Prozente über die ganze Finanzmacht er ist da für Sie alles Ihnen zu erklären ok Sie haben einen Spezialisten von unserer Seite ja er ist kostenlos für Sie ok aber dann ähm kann ich dann wie sagt man bei Deutschland eines ähm Spezialisten bekommen das kann Englisch oder Hindu reden weil ich bei Deutschland nicht verstehe ja keine Sorge er spricht auch Englisch er spricht auch Englisch machen Sie keine Sorge genau er spricht auch Englisch ja keine Sorge Sie werden auch alles verständlich sein ok sehr gut sehr wichtig mit viel Geld Profit machen aber dann muss ich auch Verständung machen was Kollegen sagen ja ok ok kein Problem er laden wie viel kostet Membership bei Ihrer Firma bei einem Monat oder wie funktioniert machen so er laden lassen Sie mir bitte ich hatte eine kleine Frage an Sie weil ich hatte nicht auch zu viel Zeit davon so lassen Sie mir bitte wissen soll ich Ihnen jetzt mit der Aktivierung helfen oder soll ich Ihnen eine Person geben was Englisch spricht und Ihnen alles zu informieren weil ich verstehe jetzt nicht mehr Sie brauchen jetzt Informationen oder Sie brauchen jetzt Ihre Kontoaktivierung ob Sie Informationen brauchen damit für Sie alles verständlich sein und damit Sie alles verstehen können ich bin eine Person was Englisch spricht wenn Sie mir jetzt sagen ja Profit machen Aktivierung machen und Geld verdienen bitte ja ok wenn Sie jetzt Aktivierung machen ich kann Ihnen dabei helfen ich aktiviere Ihre Konto und danach geben eine Person was Englisch spricht damit ich Ihnen alles weiterhelfen und Profit bitte zu machen ok so machen wir das Mit was habe ich gesprochen das ist eine sehr nette Frau ja nicht dass Sie Probleme kriegen das ist eine sehr nette Frau die soll dann eine wie sagt man bei Deutschland Belobigung kriegen ja die sehr gute Arbeit machen ja sie kriegt kein Problem nein nein sie kriegt kein Problem sie keine Sorgen für meine Kollegen sonst ich möchte gerne nicht persönlich Ihnen weiterhelfen damit Sie alles beständig sein Sie bitte nochmal Ihres Namen sagen ich nicht aufschreiben Entschuldigung Sandra 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 ist mein Name Sandra Stein freut mich sehr kennenlernen zu machen mich auch ist das richtig in Deutschland sagen ich freue mich sehr Sie kennenlernen zu machen war das richtig Ja Sie haben richtig verstanden Sie haben richtig das gesagt sehr gut sehr gut sehr gut und wenn Sie wenn Sie mit mir jetzt sprechen dann Sie lernen jetzt mehr weil Sie mit mir sprechen Ich bin hier geboren sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Sie können ja lernen ja genau ich kann Sie auch lernen so sagen Sie mir bitte wie weit Sie sind jetzt an der Seite damit wir an die nächste Stelle gehen bei Ihrer Seite das ist ein blauer Hintergrund geben und viele ähm Kasten geben gut 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 und sagen Sie mir bitte was für eine Möglichkeit haben die Einzahlung vornehmen Sie benutzen eine Kreditkarte Das Kollegen sagen kann man nicht damit ähm bei Paypal machen nicht funktioniert machen ja Nein wir äh wir sind kein Partner mit dem Paypal das halbe wir haben nicht zu griffen an diese Option zu benutzen wir sind kein Partner genau ich kann nur fragen weil ich bei Paypal die Bonuspunkte ja 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 ist eine sehr gute Option ich hatte viele Kunden gehört diese Option zu benutzen aber leider wir haben nicht zu griffen deshalb wir können das Option nicht äh nicht nehmen ok im deutschen weiter bestimmten Pilzen richtig sehr gut aber kann man ähm Online Banking machen oder muss man Kreditkarte nehmen mhm das ist schon egal Sie können äh Kreditkarte nehmen Sie können Online Banking machen wie für Sie einfach ja äh aber wenn Sie eine Kreditkarte machen das war einfach und schnell ok und äh das äh Kollege sagt bei Sie ähm eine Bonus bekommen können Sie Bonus geben was meinen Sie ganz genau über Bonus äh wenn Sie mit den Kreditkarten zahlen ne weil ich zu Kollegen sagen ich gebe 5000 Euro zu investieren und ich Sie fragen kann man einen Bonus machen und Sie sagen man kann äh 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 das müssen Sie fragen weil ich hätte diese Diskussion nicht gehört ja ich weiß nicht was für einen Bonus gibt weil ich bin äh nicht zu stellen für den Bonus und zum geben äh sonst meine Kollege weiß besser Bescheid äh was äh und äh wie das Bonus geben kann ja also ich werde mhm gut gut Frau Ladd äh Herr Ladd Sagen Sie mir bitte Sie benutzen äh immer noch eine Kreditkarte das bedeutet Sie haben eine Visa oder eine Mastercard oder Sie haben nur All-N-Bank American Express auch haben American Express funktioniert auch nicht weil wir haben auch nicht äh Mastercard benutzen Sie Mastercard? Ja wir auch eine Visa Card haben Mastercard zu teuer right und die ganzen äh Camel Store Apple Store die alle nicht äh Mastercard nehmen die wollen eine Visa Card haben Ok das bedeutet Sie haben American Express Visa Card und Mastercard Sie haben alle drei Karten Nein Sie können mal eine Karte haben aber Paypal haben aber Paypal kann man nicht benutzen ja? Nein Paypal kann man nicht benutzen American Express kann man nicht benutzen das können Sie vergessen Sonst wenn Sie Visa haben ja gut Visa ein guter Laden bis jetzt haben Sie mir diese Visa online bezahlt oder ist das das erste Mal wenn Sie online zahlen mit Visa Oh nein bei ähm wie heißt das bei ähm Darknet online bezahlungen so ich erkläre Ihnen wenn Sie mit Visa online zahlen Sie müssen ähm die Transaktion bestätigen über einen Code ja bei bei Handy ah wenn Sie das liegt dort bei Handy drauf aber genau ok gut haben Sie so Moment damit Sie mir verstehen kann bis jetzt haben Sie noch mit Visa mit Visa online bezahlt oder ist das das erste Mal ne ne ich schon oft machen oder nicht oft aber paar 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 äh several times paar mal machen ok ok gut guter Laden dann das ist gut ich werde Sie ein neues E-Mail sendern ok damit Sie jetzt mit dem Visa einzahlen kann ok ich werde Sie mit dem einen E-Mails in Ihre Posten in Gang ja von welches du kannst du ein Date machen von meinet colegie bekommen ja von welches ich habe immer bei Deutsche von welches ich sage Ihnen mal bei Deutsche von welches die Katrin von Katrin 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 So heißt meine Kollege. Aber die andere Namen sind nicht Katrin. Welche Name hat sie gesagt? Weiß ich nicht mehr, aber war keine Katrin. Sind Sie nicht sicher? Vielleicht Sie haben nichts verstanden. Sie heißt Katrin. Ich höre mir auch Mutter. Ich kann sie nicht mehr arbeiten, vielleicht nicht mehr verstanden. Vielleicht Sie haben nicht gut verstanden. Sie heißt Katrin. Ich sage Ihnen 100%. Kein Problem. Ich habe gut wissen. Ja, ja, ja. Okay, gut. Schauen Sie kurz nach. Wie gesagt, bekommen Sie von Katrin. Schauen Sie kurz nach. Wenn Sie das E-Mail erreicht haben, dann hören Sie mir bitte Bescheid. Ist das dein erstes Mal mit indischem Handelskonto oder öfter indische Leute machen? Wie bitte? Ich habe es ja akustisch verstanden. Noch einmal? Ich habe es ja akustisch verstanden. Was haben Sie gesagt? Ich werde viele indische Leute Handelskonto machen, weil bei den Kommentaren, ja, weißt du, bei dem Kanal immer Leute fragen, wann macht Dracish dein Handelskonto? Darum frage ich, hat der schon ein Handelskonto aufgemacht? Ja, wir arbeiten mit den verschiedenen ausländischen Leuten, auch mit den deutschen Leuten, mit den Kunden von der Schweiz, von der Österreich, mit den alle Kunden. Wir arbeiten. Es ist egal. Es ist gut, damit die deutsche Sprache sprechen, ob sie das deutsche Sprache kennen, dann können wir zusammenarbeiten, ja? Weil wir sind so schnell nur für die deutsche Sprache. Wir werden immer Übung machen. Wie bitte? Ja, das ist dann wohl die erste indische Handelskonto, ja? Das ist wie bei einer Jungfrau, right? Ich hätte sie bitte nicht verstanden. Nicht sagen, das ist dein erstes indische Handelskonto. Das ist wie bei einer Jungfrau. Nein, wir haben noch gearbeitet mit den Kunden von Hindien. Ja? Das ist nicht dein erstes. Das ist gut. Hast du mit Panjit auch arbeiten? Das ist von Dönerladen. Der Commanager? Der auch Investing machen. Der sagt zu mir, musst du da E-Mail schreiben, die können dir Geld geben. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Entschuldigung. Sagen Sie auf Indien. Ich verstehe nicht. Profit machen. Making Profit. Okay? Wer macht Profit? Ich. Meine Konto Profit machen. Mit deinem Helfen, okay? Ah ja, natürlich. Das ist ihr Ziel. Natürlich. Das sind bei uns gekommen, damit sie Profite machen. Das ist klar. Wie sagt man bei uns? Schauen Sie, wenn sie Profite machen. Können wir deine Firma auch, wie heißt das, bei Deutschland helfen machen? Ich sage Ihnen. Genau. Wenn sie, wenn sie, wenn sie verdienen, ja, wenn sie Profite machen, wir machen auch. Okay? Wenn sie verdienen, wir verdienen auch. Okay? Wie viel Profit nehmen wir meinen Profit? Das kommt drauf, nicht von ihren Profiten. Das ist nur Gebühren, ja? Sie zahlen bei uns Gebühren, weil sie unsere... Nee. Genau. Ein Prozent. Ein Prozent. Nur, dass ich nicht viel, eine Prozent kann man nehmen. Nein, das ist nicht viel, nein. Das ist ein Prozent. Ja, weil du neulich bin ich bei, ähm, bei, wie sagt man, bei Deutschland, bei Doktoren gewesen. Und er hat gesagt, natürlich kannst du den noch verlängern lassen, aber dann kriegst du nach vorne. Und darum habe ich gesagt, will ich besser nicht machen. Okay. Sagen Sie mir bitte, ob Sie meine, ob Sie den E-Mail bekommen haben von Katrin. Noch kein neues E-Mail. Schauen Sie auch in der Spam. Und an Ihren Spam können Sie schauen? Bei was? An den Spam-Orten. In den Spam. Junk-E-Mail? Junk-E-Mail, richtig. Okay, warte mal einen Moment, guck mal. Spam-Orte? Ich auch keine, was ist... Ja, Spam-Orten. Was ist Adress von E-Mail-Adress? Ich sag Ihnen, Ihre E-Mail-Adresse lautet... Nein, 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 dein E-Mail-Adresse, dein Firma. ich habe hier ein e-mail von petra schmidt namen oder mit werben von können sie noch mal gesendungen machen bitte vielleicht ankommen weil ich bei ja ja jetzt ich versuche ganz gut kathrin mauer ja ja kathrin leidler com slash courses slash genau richtig Richtig, 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 ja, right, right, right. Online trading.live Drücken Sie bitte drauf, bitte drücken Sie drauf an der Link, das ist eine Link, drücken Sie drauf. Ich habe eine Extension, das ist eine Baraka Extension, der sagt, ich kann keine Link klicken, okay? Wie bitte? Warte, ich habe einen falschen machen, warte mal. Online trading.live.com Genau, richtig, genau, Sie sind richtig, gut, jetzt Sie sehen mehrere Buche, okay, und Sie möchten das dritte Buch nehmen von 250 Euro, weil Sie brauchen 250 Euro ein Dollar. Bei Kollegen sagen, ich habe 5.000 Euro bar, will ich Investment machen. Was will ich mit 250 Euro meine Popo abputzen? Jetzt möchten Sie... Okay, mit wie viel Sie möchten jetzt starten? Mit wie vielen Euro möchten Sie jetzt starten? 5.000. Wie viel möchten Sie einstallern? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Wir fangen an mit 1.000, okay? Okay, warten Sie einen Moment, ich erkläre Ihnen. Wir fangen an mit den 1.000. Hören Sie mich bitte, ja? Wir fangen an... Schauen Sie, hören Sie mich bitte zu, damit ich Ihnen erkläre, ja? Wir fangen an mit 1.000. Wenn 1.000 funktioniert, damit Sie einzahlen, dann zahlen Sie wieder bis 5.000, okay? Aber wir müssen erst mal sehen, ob Ihre Karte funktioniert, damit Sie einzahlen, damit Sie online einzahlen. Nun zum Bestätigen, verstehen Sie mich? Ich wollte bei My Little Pony Store für 600 Euro Sticker kaufen, ja? Okay, dann lassen Sie... Kein Problem. Dann lassen Sie uns erst mal versuchen mit 1.000. Wenn das funktioniert, dann können Sie nochmal Sticker wieder einzahlen, okay? Kannst du mir einen Gefallen machen? Kannst du bitte das Telefon aus der Nase nehmen? Denn das Telefon ist kein Covid-Selbsttest, ja? Okay, gut. Jetzt... Hören Sie mich bitte besser jetzt? Ich sehe sehr, soll ich Lautsprechung anmachen? Für die bessere Holung? Nein, ist in Ordnung. Ja? Nein, ist in Ordnung. Ich kann Sie verstehen. Ich kann Sie verstehen. Gut. Fangen Sie an mit den 1.000, okay? Okay. Damit wir sehen, ob das Karte funktioniert, damit wir alle... Genau. Ich will das, aber ich brauche das, okay? Wenn das funktioniert... Ich werde wahnsinnig bei den Sädern drinnen... Ja, wenn das funktioniert, die zahlen wieder. Weißt du, seit Monaten, seit Monaten mein Follower sagen... Okay, ich muss ein Handelskonto machen. Jetzt kann ich ein Handelskonto machen, du willst mein Geld nicht nehmen. Du lässt mich da stehen wie ein Zottel bei meinen Followern, okay? Wir müssen den richtigen Deal machen. Kannst du den nicht verstehen? Hallo, müssen Sie nicht... Ich habe meine Ehre zu retten. Und meine Herzen... Hallo, müssen Sie mir bitte... Herr Laden... Ich... Mir ist egal, wie Sie zahlen möchten. Das ist nicht mein Geld, das ist Ihr Geld. Ich muss sehen, ob das Karte funktioniert, damit Sie bei uns einzahlen. Ich kann Sie 1 Cent sehen. Wir haben mich verstanden. Ich kann nicht gucken, dass meine Karte nicht kaputt ist, und dann kann man den Rest machen. Gib mir dein Konto-Nummer. Ich kann es schicken, right now. Kein Problem. Wir können Sie lieber in Arbeit... Herr Laden... Herr Laden, bitte hören Sie mich zu, sonst werde ich Sie auch pflegen. Wenn Sie mir bitte nichts verstehen... Habt ihr mir gerade gedroht? Ich schlage deinen Kopf auf den Tisch drauf. Sie müssen mir... Hallo, Sie müssen mir bitte verstehen. Und Sie jetzt das weitermachen möchten, dann machen wir weiter. Wenn nicht, ich kann Sie auch pflegen. Ist kein Problem. Löfst du das machen oder so? Okay, weil Sie meine Sohn auch nicht helfen wollen, den Spielzug wegzubringen und die Kauspieler sind geboren. Okay, ich kann das nehmen. Gehen Sie an der Seite. Ich habe Sie nur gesagt, damit wir versuchen, ob das geht. Wenn nicht, das bedeutet, Sie haben jetzt keine Lust, einzustrahlen. Doch, aber du mir nicht lassen. Ich will seit eine halbe Stunde um. Will ich bei Sie es hafauren. 30 Minuten, 30 Minuten. Wie viel Geld geben. Du willst mein Geld nicht haben. Was ist deine Problem? Okay, dann gehen Sie bitte weiter. Gehen Sie bitte weiter, wenn Sie das machen möchten. Wenn nicht, ich werde Sie auflegen, weil ich verliere meine Zeit. Ich verliere meine Zeit. Was, haben wir jetzt tausend? Ich verliere meine Zeit, weil ich möchte gerne jetzt Ihnen weiterhelfen, damit Sie einzahlen. Sie wollen, nein, ich zahle nicht, weil ich möchte 5.000. Sie zahlen 5.000. Sie verstehen nicht mehr. Ja, aber Profitexperten meine Profite dann machen, oder nicht? Hallo? Hier geht's 1.000, ähm, Beginnerpack 999.99 bei Shoppingcard reinschmeißen. Okay? Du bitte, Boss, Madam. Bin du noch da? Oder hast du auflegen? Wir 1.000 machen. Nein, ich bin da. Ja, okay. Ich will keine Probleme, weil du, ich will nicht, dass du mir schlagen. Ich schlage nicht. Sie müssen mir bitte verstehen, weil ich bin da, damit ich Ihnen helfe. Und nicht etwas schlecht zu sehen und zu machen. Ja? Ich möchte gerne informieren, ob Ihre Karte funktioniert oder es ist, um zu zahlen. Wenn das funktioniert, zahlen Sie dann bis 4.000. Ja, wir können jetzt. Ja, wir können jetzt. Ich gehe jetzt, Sie zahlen das Geld. Ja, wir können jetzt machen. Okay. Aber nicht mehr schreien. Meine Hälte geht kaputt. Okay, gut. Drücken Sie. Gut. Drücken Sie bitte 1.000. Wir forsuchen, ob das funktioniert. Danach, dann wir zahlen wieder. Ja? Kein Problem. Wir können 1.000. 1.000 Euro. Drücken Sie an der Hof, wo 1.000 Euro steht. Können, können ich bei mir Dollar bezahlen? Genau. 1.000, 1.000. Hallo? Nein, nur Euro. Das geht nur in Euro. Oh, Rubel? Ja, das geht nur in Euro. Nur Europa? Das geht nur in Euro. Kein Problem. Nur Euro können Sie zahlen. Nur Euro. Immer gleich schreien wie eine Eule. Ich nur fragen. Okay. Sie fragen, ich hätte Sie angewortet. Kein Problem. Ich würde immer gleich Drohungen machen. Dann sagen Sie mir bitte, wie weiß Sie sind. Wie weiß Sie sind. Wie weiß Sie sind jetzt. Was steht jetzt bei Ihnen? Bei Shoppingcard den Reihlegungen machen. Okay? Okay. Und dann müssen Sie einen grünen Knopf haben, den Proceed to check out. Sie sind dort? Ja, Proceed to check out. Und do you speak English, madam? Genau. Ja? Nein, ich spreche nicht. Ich lese nur, was auf der Seite steht. Sie müssen auf diese Proceed drücken, ja? Okay. You have very good pronunciation. You have pro-level English, right? Ja. Manchmal, ich spreche auch Englisch, aber wie gesagt, wir sind zuständig nur für deutsche Abteilung, okay? Nur deutsche Abteilung, ja? Aber bei Deutschland viele Ausländer leben. Warum darfst du kein Englisch sprechen? Das ist sehr Rassismus machen. Weil Sie sprechen auch Deutsch. Und das halt. Ja, wir machen. Wenn wir Kunden haben, nur was Englisch sprechen. Du bist eine sehr junge Frau und deine Deutsche lernst sehr gut, okay? Dann drücken Sie bitte weiter und jetzt müssen Sie Ihre Daten ausführen. Sag mal, deine Firma bei, äh, von wo anrufen? Berlin, Hamburg, Stuttgart? Wir sind in der Schweiz. Aber Kollegin, äh, das Kollegin, du bist in der Schweiz, sagen, wo ist deine Firma? Ich hätte sie gesagt, ich komme von der Schweiz. Nein, nein, deine Firma. Deine Firma. Du bist nicht, ich verstehe. Mein Firma, ich verstehe. Kannst du in der Schweiz reden? Kannst du in der Schweiz reden? Ja, ich, wie gesagt, ich bin von der Schweiz. Ja, aber kannst du in der Schweiz reden? Hallo? Wie gesagt, Herr Lassen, unsere Firma. Aus welchen Kantonen kommen? Aus welchen Kantonen kommen? Warten Sie kurz. Ja, warte, unsere Firma steht in Bamberg und ich persönlich bin in von der Schweiz. Ja, aber welche Stadt von der Schweiz? Von der Schweiz, okay? Ja, aber welche Stadt kommen? Das hat nichts zu tun mit meinen persönlichen Daten. Ich spreche jetzt nicht über mich. Ich spreche jetzt über Ihre Handelskonto. Ich wohnen in Karkutta, okay? Ich will nur freundlich fragen. Okay. Nein, ist kein Problem. Ist kein Problem. Wir sind hier nicht, damit wir von uns sprechen, ja? Nicht von den Mitarbeitern, sozusagen, damit wir von uns sprechen. Hast du Dialekt von... Do you have Dialekt von Schweden? Von German. Ich hatte nichts Dialekt von German, weil ich wohne nicht mehr von langer Zeit. Ich bin nur in Deutschland gegangen, ja? Weil hier ist es besser zum Arbeiten, sozusagen, ja? Aber du bist auch Außengeländer, so Irakisch, okay? Bitte, bitte? Du bist auch Außengeländer? Ich bin keine Außengeländer. Okay. Nein, ich bin nicht Außengeländer. Offenbar nicht. Kurva. Keine Außengeländer. Ich bin in Deutschland. Ja, ich auch. Ich bin trotzdem Außengeländer. Okay, was muss ich machen? Ich will Geld verdienen. Oh, lassen Sie mir bitte wissen, Sie haben ausgefüllt Ihre Daten. Okay. Sehr gut. Ich wollte auch verdienen. Ist ein Dialekt eher ein Infekt als ein Dialekt? Wieder deine Krankheit. Hallo? Madame? Wo Sie sind jetzt? Ja, wo Sie sind jetzt? Jetzt. Entschuldigung. Wo Sie sind jetzt? Haben Sie Ihre Daten ausgefüllt? Oh Gott, meine Deutschland. Nicht so gut. Ich meine Daten reinschreiben bei denen. Und dann bei den, wie sagen wir mal bei Deutschland, Meerschweinken draufdrücken. Ist das Meerschweinken der richtige Worte bei Deutschland? Meerschweinken. Herr Leitam, lassen Sie uns, einen Moment bitte. Einen Moment bitte, Herr Leitam. Lassen Sie uns bitte weitermachen, damit wir über dieses Handelskonto reden, weil wir nicht hier sind, damit wir über uns beide sprechen. Verstehen Sie mich? Ja, aber wir wollen Kinderleitdämmen machen. Wir sind hier, damit Sie Geld verdienen, damit wir ihnen helfen. Aber du willst doch mit mir Kinderleitdämmen machen? Sie wollen Geld verdienen oder Sie wollen uns kennen? Ich will Online-Dating machen. Sie wollen uns kennen oder Sie wollen Geld verdienen? Lassen Sie uns bitte die Deaktivierung. Was hast du für einen HV bereit? Lassen Sie uns erst einmal die Deaktivierung machen. Erladen, lassen Sie uns erst einmal die Deaktivierung machen, damit sie zu weit bei uns einkommen kann. Ja, und danach, wir haben Zeit. Du wirst sowas von aktiviert? Da hast du drei Tage was von. Das verspreche ich dir. Haben Sie Ihre Daten eingegeben? Ich habe das richtig reingegeben, glaub mir. Erladen? Ja. Haben Sie die ganze Daten eingegeben? Ich habe den eingegeben. Haben Sie Ihre Daten eingegeben? Das ist die Adresse von deinem Webcam. Sag mal. Gut, und was steht jetzt bei Ihnen? Hm? Nochmal? Was steht jetzt bei Ihnen? Was steht jetzt? Da steht Error, Page Not Found, 404. Ja, weil Sie haben etwas falsch eingegeben. Was denn? Sie müssen noch einmal schauen. So. Lassen Sie uns vorne an kontrollieren. Ihr Name Rakesh Karl Lauterbach. Okay. Ich kann einschreiben. Ihre Name. Wie gut. Hallo? Ja, ich bin da. Bitte. Ja, was soll ich machen? Haben Sie Ihre Name aus Country? Wie haben Sie gefühlt? Country? Ja, Country. India. Bombay, India. Okay. Und du? Woher du kommen? Zurich? Gut. Stopp. Hallo, Sie müssen schreiben, die Adresse von Deutschland, nicht von Indien. Sie wohnen jetzt in Indien? Oh, mein Gott. Nein, nein. Ich bin bei Baden. Sie wohnen? Wo Sie wohnen jetzt? Sie sind in Deutschland, richtig? Baden, Baden, Deutschland. Ich wohne bei Baden-Württemberg. Ich kann dir nicht aussprechen. Baden-Württemberg? Okay. Dann füllen Sie bitte Baden-Württemberg. Richtig. Dann füllen Sie bitte die Adresse von Baden-Württemberg. Nein, nein, nein. Baden-Württemberg ist ein Country. Füllen Sie die Adresse von Deutschland. Und Baden-Baden ein Stadt bringen. Warum bei Sie hinten ein By-Call-Central? Ja, ist der Stadt. Aber fühlen Sie bitte... ...dich Schmerzen haben? Ich hoffe, Sie draufsetzen machen, bei Propo. Herr Laden? Ja, ich bin hier. Und du immer meinen Namen sagen. Herr Laden, Sie müssen bitte die Adresse schreiben. Sie müssen die Adresse schreiben von Deutschland. Verstehen Sie mich? Ja, ja, Deutschland-Adresse. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Sie müssen die Adresse schreiben von Deutschland, nicht von Indien, okay? Weil sonst werden das nicht passen. Deutschland GmbH oder was soll ich schreiben? Wo Sie wohnen, wo Sie wohnen. Die Straße mit der Nummer von der Straße, Postleitzahlung. Die ganze Adresse von Deutschland. Nicht von Indien. Drei, vier, Baden, Baden. Schreiben Sie dort. Schreiben Sie dort. Sie müssen das nicht mehr sagen. Schreiben Sie dort, bitte. Die Leute, die alle ausschlagen, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Weißt du, ich habe gerade total meinen Spaß, aber weißt du, die wenigsten Leute hören sich so einen langen Anruf an. Weißt du, die wenigsten Leute, die so lange Anrufe hören haben, überhaupt ein Abo aufs Kanal. Also wer auch immer jetzt noch zuhört, bitte unbedingt abonnieren und den Glock aktivieren, damit ich motiviert bin, solche langen Anrufe überhaupt zu machen. Hallo? Sie haben mir gesagt, Sie sprechen zu schnell. Jetzt sprechen Sie zu schnell und ich könnte Ihnen nichts verstehen, weil Sie haben zu schnell gesprochen. Nein, nein, ich habe mit meinem Kollegen reden. Ich werde jetzt gerade bei Live-Chat, okay? Gut, wo Sie sind jetzt? Sagen Sie mir bitte, wo Sie jetzt sind, damit wir weitergehen. Ich bin gerade live bei YouTube. Nein, nein, ich bin live bei YouTube. Hallo? Wie meine Sie live bei YouTube? Ich bin live bei YouTube gerade. Ich habe ein Call-in. Was meine Sie live bei YouTube? Eine Live-Sendung. Ein Call-in-Format. Hallo? Herr Laden, Sie machen Spaß mit mir? Ehrliche Sache, weil ich hatte keine Zeit für die Spaß. Verstehen Sie mich? Ja, möchtest du jemanden, kannst du mal... Wie ist keine Spaß, lieben Sie haben Lust zum Spaß? Warte mal, kannst du mal Party-Otter sagen? Herr Laden, Sie verlieren jetzt meine Zeit. Herr Laden, ich bleibe mit Ihnen eine Stunde lang. Ich erkläre Ihnen die ganzen und Sie sind einfach dumm. Verstehen Sie mich? Deine Mutter ist dumm, weil die hat so ein Kind wie dir bei den Neubringen. Sie müssen ein bisschen noch mehr lernen. Du musst rückwirkend Abgetreibung werden. Herr Laden, Sie müssen noch ein bisschen Deutsch lernen, ja, und zum Verstehen. Hey! Sie müssen noch ein bisschen verstehen, was Sie in eine Online-Investition investieren müssen. Und danach... Hallo? Sie hören mal zu. Sie machen Spaß mit mir. Ich verliere jetzt meine Zeit. Was, hallo? Sie hören Sie bitte Deutsch, dass Sie mir... Sie hören Sie bitte Deutsch, dass Sie mir... Sie hören Sie bitte Deutsch. Was ist denn, Dobre? Sprechen Sie Deutsch. Hallo, hier ist Dimitri. Mein Kumpel versteht nicht, was du von ihm willst. Wie gesagt, ich hatte keinen Spaß für Spaß. Mein Kumpel versteht nicht, was du sagst, Kurva-Matsch-Bled. Du bist live bei YouTube, du scheiß Drecksbetrüger und alle Menschen lachen dich aus. Geh auf die Straße und setz dich mit nem Hut vor ein McDonalds und mach deinen Scheiß. Job nicht mit den Menschen, sonst kommt Wladiputin und steck dir nen Keks in die Nase. Hinein! Hast du das verstanden? Hast du im Leben zu nix gebracht, deshalb machst du diesen Scheiß-Job. Ich lasse die ganze Zeit Kommentare von Idioten, unterhaltet uns eine Stunde lang kostenlos. Dankeschön. Kurva-Matsch, gib mir den Manager, du Manager. Mein Katze schreit im Hintergrund, ich kann mich nicht mehr lange konzentrieren. Hallo, Kurva, bist du noch da oder was? Kurva-Matsch, Kurva-Matsch. Ich glaub, die ist weg. Aufnahme beendet. Jetzt dürft ihr alle schreien. Kurva-Matsch, komm! Untertitelung des ZDF, 2020